Pizza Essen Okay Dann gönnen wir uns nochmal den neuen Kopfhörer Würde ich sagen Eine neue Maus Eine neue Tastatur Der Einkaufswagen ist voll Kaufen Neue Tastatur Könnten uns auch einen Monitor irgendwie Okay, nein Und kaufen Und reparieren 300.000 Abos, Alter Und das neue Schnittprogramm ist da Und Das neue Mikrofon Und Die neue Cam Außerdem Das neue Headset Neue Maus Gleich kommt noch die neue Tastatur Richtig Nein, ich will mich nicht unterhalten Kommt noch irgendwas? Ne, ne? Würde ich nämlich sagen Haben wir dazu jetzt schon Previews Unnötig dazu zu machen Hierzu machen wir jetzt nochmal ein Gameplay 2K-Auflösung Heia, geil Popschutz Bro Und nochmal Ähm Wir schnetzeln Schnetzeln Einfach Alles weg Wo ist denn unsere liebe Ah, da ist sie Ich wollte ihr eigentlich noch ein neues Gameplay Machen lassen Ich wollte sie noch ein neues Gameplay machen lassen So Ähm Unlustiger Kommentar Episches Spiel Mörderischer Blick Ausschnitt Ähm Philosophischer Kommentar Fröhliche Äußerung Vielleicht Ja, eine fröhliche Äußerung Meinem Easter Egg ist gut Dann Spielintro Lustiger Kommentar Du bist dein Level aufgestiegen Singender Kommentar Und das Ende Das könnte vielleicht sogar ganz gut werden Wir starten damit Das kommt auf jeden Fall an Ende Ans Ende Nicht an Ende Warte mal Das Das passt gut Das hier Das passt leider nicht Wenn ich den hier hin packe Das macht auch keinen Sinn Wenn ich das hier hin packe Dann könnte Ja, das sieht gut aus Das sieht gut aus Das machen wir Würde ich sagen Oh, schön pushen Das noch ein bisschen pushen Mehr kann ich nicht pushen Moment Wenn wir das rausnehmen Irgendwie Das nehmen Das nehmen Jetzt sieht es schon besser aus Glaube ich Wir brauchen eine bessere CPU Wir müssen uns eine bessere CPU holen Heia Nachbearbeitung Wow Fresh Hochladen Du machst bitte Ein Gameplay Ebenfalls Zu Clan Wars Äh, du machst dein Gameplay Bitte zu Clan Wars So Äh, Arbeitsplatz 2 Ja, hat nur voll Genau Okay Machen wir so Clan Wars Gameplay Keiner hat im Warte mal Keiner hat In Irgendeiner Form Eine Chance Gegen uns Dann gehen wir noch ins Schlafen Gehen wir noch ins Essen Und Wir könnten auch Eigentlich bald Echt mal umziehen Aber das ist halt Ah Wir warten noch ein bisschen Wir haben halt noch nicht so ein gutes Einkommen Sag ich mal Dass wir uns das wirklich jeden Monat leisten könnten Oder Ich meine dann wäre das Sie will Ach Ja, das wäre viel zu viel Geld Das könnten wir nicht zahlen Weil sie will 800 haben Und das kostet auch 900 Das heißt wir müssten 1800 knapp im Monat zahlen Einkaufen bitte Holy Shit Äh PC World Neue CPU Kaufen Tastatur Hier haben wir alles Monitor Wir könnten noch Halt den neuen Monitor gebrauchen Wir können mittlerweile Neue Maus kaufen Noch eine neue Webcam Und neues Mikrofon Öffnen Hallo wir sind das Team Ryan Dein Computer ist mit Einem Ich bezahle das nicht Nein Betrug Nice Ich will nicht auf so eine verdammte Veranstaltung gehen Ähm Wir können ein neues Video machen Okay erstmal Gucken wir uns ihr Video an Sie hat ein Gameplay dazu gemacht Richtig Ja Ja ist schön Ist okay Ja So Äh Ich wollte ein Gameplay Video machen Meine Maus gerade reingekommen Sorry Leute Äh Gameplay starten Arbeitsplatz 1 ist richtig Ja alles fresh eingestellt Genau Haben wir Nein Fortsetzen wir Ähm Der beste Clankrieg Meines Lebens Du machst auch gleich ein neues Video Würde ich sagen Nein sie legt gerade hoch Genau das können wir gerade nicht machen Okay Dödüm Dödüm Zusammenfassung des Spiels Ähm Lustiger Kommentar Du bist dein Level aufgestiegen Sing in der Kommentar Ausschnitt Und lustiger Kommentar Du hast eine Äh du hast die ganze Beute bekommen Fachlicher Kommentar Oh 16 davon Okay das ist nice Interaktiver Ladebildschirm Kurzer Kommentar Ist okay Oh das gibt Äh Endlose Dialogszene Mörderischer Blick Nice Nice Hauptmenü Hauptmenü Wir nehmen Das Nice Komm jetzt bitte Ja Es funktioniert auch Okay nice Super duper Äh das nehmen wir Dann würde ich sagen Ja Das Ähm Das Dann könnte ich Das reinhauen Wow Ähm Dann nehmen wir Den Und Den Fügen dann Den hier ran Und das geht nicht mehr Okay dann nehmen wir Das raus Nein die 16 Punkte müssen drin bleiben eigentlich Ähm Nehmen wir Den raus Packen Den hier rein Hä nein Das weg Das hier rein So dann können wir Oh das brauche ich aber auch Fuck 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 Ähm Machen wir es mal anders Das bräuchte ich auf jeden Fall drin So Ja es sieht schon besser aus Nehmen wir das 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 Rendern Oh es ist zwar eigentlich total scheiße geworden Aber Egal 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 Nice Nice Hochladen Was machen wir jetzt Ich Der Äh Ziel Ja wir müssten eigentlich echt umziehen oder Gehen erst mal eine Runde schlafen Dann essen wir noch eine Runde Wo ist denn unsere Da ist sie Wie sie abspackt lol Wie behindert das aussieht wenn sie es so schnell macht Nice Dann macht sie nochmal ein Gameplay Und wir machen gleich eine Review Äh auf Arbeitsplatz 2 Genau Fortsetzen Clan Wars Wir sind einfach unbesiegbar Ich hoffe ich hau nie irgendwie einen Rechtschreibfehler rein oder so Äh bewerben wir das? Ne wir bewerben gleich den besten Clan Krieg ever Erwerben Akzeptieren Wir können uns auch mal ein Handy kaufen oder? Mh 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 Handy zu kaufen Damit können wir nämlich soweit ich weiß Äh ein Hashtag machen Bin der Star ist Dem Mh 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 Können wir das Unboxing? Äh also Unboxing machen? Nein schade Aber wir haben ein neues Handy Zack Spiel wählen Mit meinem Ah genau Ja Da kann ich nämlich auf soziale Netzwerke Zugreifen Zack Akzeptieren Akzeptieren Jetzt können wir nämlich Eigentlich ein Hashtag machen Wenn du es wieder haben möchtest Äh auf keinen Fall Verdammt Kaum habe ich so ein Ne Clan Wars Äh machen wir eine Review Sie ist noch nicht fertig Leider Egal Fortsetzen Dieses Spiel Ist es wert Ist es definitiv wert Action ohne Ende Review Ja Äh Äh Exo Preview machen könnte es Bevor wir es veröffentlichen Klar 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 Mh 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 Intro mit Logo D-dim D-dim Ladebildschir mit Hinweis Unlustiger Kommentar Du hast die ganze Beute bekommen Fachlicher Kommentar 16 Insagt die Walladebildschirme Ähm Wütender Kommentar Okay ich sollte jetzt wieder weniger Punkte verbrauchen Du bist äh Ein Fest in der Durch den Kampf aufgestiegen Mörderischer Blick Mh 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 Zusammenfassung des Spiels Kurzer Kommentar Du hast einen Archiv mitbekommen Fröhliche Äußerung Zeit bevor das Spiel startet Lustiger Kommentar Nichts Okay wow Und bitte bewingt eine Verabschiedung Damit starten wir Dann könnten wir eigentlich Das nehmen Können wir nämlich Das noch reinhauen Und das Oder nehmen wir das hier Warte mal Wir machen das so Hauen dann noch das hier rein Nutzen dann die beiden Genau Könnten dann das nutzen Um das so zu enden Oder enden zu lassen Wir brauchen auf jeden Fall Das Dann würde ich sagen Können wir uns noch mal Besseren Dings Und das hier 84% Interesse Das ist super Oh mein Gott Ja Mh Das ist ein schönes Video Dann machen wir jetzt gleich noch Eine Preview Wir scheißen auf dem Unboxing Wir öffnen das sofort Denn wir müssen jetzt noch Bis zum 20. Ja genau Sie hat das Video fertig Zeige das Ergebnis Eieiei Das ist gar nicht mal so schlecht geworden Von der Videoqualität her Gar nicht mal so schlecht Das laden wir auch hoch Das laden wir auch hoch Auf jeden Fall Hochladen Dann gehen wir kurz Eine Runde schlafen Dann eine Runde essen Suchen wir uns eine neue Karte aus Und wir nehmen Abspann Ergebnis anzeigen Nice Money Okay Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Ne Ein bisschen Rabatte Wir haben noch Vier Tage Zeit Ich hoffe das worked Das Video lädt Platz 2 hoch Genau Auf Arbeitsplatz 2 Das ist hoch Nice Dann können wir jetzt Ein Spiel wählen Und zwar Was war das? Das war es ne Eine Preview machen Preview Chainsaw Chainsaw Tiny Chainsaw Invasion Eine Invasion Von Kettensägen Sägen Lauft Um euer Nicht zum Zum Um euer Leben Preview Weiter Entro mit Logo Ist richtig Ausschnitt Äh Kurzer Kommentar Natürlich nicht Du beholst deinen Gegner Mit Leichtigkeit Mörderischer Blick Zeit bevor das Spiel Startet Philosophischer Kommentar Kurz vor dem Ziel Wirst du erster Singender Kommentar Ladebildschirm Mit Hinweis Unlustiger Kommentar Du hast eine Tief Hau noch Das rein Und das Gott Dann brauchen wir auf jeden Fall Das hier wieder Können nochmal Gehen wir nicht in unseren Sound In unseren Fokus Und das hier erhöhen Oh man ey Oh man Oh man So Wir haben noch zwei Tage In zwei Tagen ist das auf jeden Fall hochgeladen Würde ich mal meinen Ich würde sagen Dann ziehen wir gleich um Nachdem es hochgeladen ist Nein danke Ähm Ja gehen wir eine Runde schlafen Gehen wir eine Runde essen Dann lassen wir mal unseren Rechner reparieren Und dann könnten wir auch eigentlich oben den Rechner mal Ruhig für den hier erstmal komplett voll ausstatten Da würde ich sagen beenden wir auch erstmal gleich die Aufnahmesession hier Wieder zwei Parts Ist okay Mein Magen knurrt Gut gemacht Fehler Kein Ding Ähm Wütender Schrei Intro mit Effekt Oh Auszüge eines bekannten Films. Wir nehmen den wütenden Schrei und ziehen um. Meine monatlichen Kosten sind auf 1800 erhöht. Was? Und lau, mein Greenscreen, Alter. Ich weiß nicht, was heute mit meinem Greenscreen los ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht so störend, den ganzen Part über. Aber man sieht es ja kaum. Hier, so. Hier, so. Ja, hier haben wir eine Million Abonnenten erreicht. Okay, Teil des Netzwerks heißt mehr Geld. Videos, mehr Aufträge. Hatte die Wahl zwischen verschiedenen Netzwerken. So, nein. Hier. Netzwerke. Hier können wir beitreten. Treten wir bei. 100.000 Abonnenten und... Ne, 100.000 Klicks und 5.000 Abonnenten machen. Dürften wir hinkriegen. Hm, 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 hm. Die monatlichen... Äh, diesen Monat verdient. Hm. Copyright. Bei Copyright Strikes helfen sie uns. Okay. Ungefähr Einnahmen je 1000 Aufrufe. 1,80. Ist okay. Ich würde sagen, das bewerben wir mal mit dem Hashtag. Jopp. Das hier würde ich sagen, bewerben wir. Das rum erzählen. Und das hier auch. Trete... Dem Nummer 1 Netzwerk bei. Können wir nicht machen. Dafür brauchen wir eine Million Abonnenten. Ähm, aber Leute. Hiermit beende ich erstmal... Äh, dat Video. Ich würde sagen, wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Einnah. 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 Einnah.